Hallo Leute! Für euch werde ich jetzt den SD Martin V12 vorstellen und zwar bei Driver San Francisco für die Playstation 3. Das ist das Fahrzeug, der SD Martin V12 Vantage. Tempo fehlen die nur in 3 Striche, er hat alle Striche. 5 Striche hat er bei der Stärke. Driften kann er eigentlich ganz ok. Und dieses Auto werde ich jetzt mal für euch testen. So, der erste Test ist wie immer das Tempo. Also, wir sehen, hier knapp 300 kmh. 303 kmh kann der SD Martin V12 fahren. Jetzt kommt der nächste Test, der Bremstest. Oh, er braucht immer etwas länger, bis er spielen bleibt. Aber ja, Bremsen kann er eigentlich ganz gut. So, jetzt kommt der dritte Test und zwar der Würftest. Der erste Martin V12 fahren sehr sehr gut Würften. Wow! Der erste Martin V12 fahren sehr sehr gut Würften. So, jetzt kommt der vierte und letzte Test und zwar den Verfolgungstest. Wie ich merke an der SD Martin V12 die Polizei abhängen. Das werde ich jetzt mal für euch herausfinden. So, jetzt geht das wieder los. Genau. Von Tana Bote, wo du bist. Also, wir sehen, hier vorne. Der erste Martin kann die Polizei ganz schön schnell abschütteln. Und das ist auch ein Spitzenergebnis. So schnell habe ich ihn wohlzeit noch nie in meinem Leben abgehängt. Also, das war ein gutes, sogar ein sehr sehr gutes Ergebnis. So Leute, das war auch für mein Video über den SD Martin V12. Tschau, bis zum nächsten Mal.